Die gerade laufende Korrektur kommt mir sehr gelegen, denn ich möchte heute mit euch über Aktien sprechen, für die ich sehr bullisch bin, bezogen auf das Jahr 2024. Legen wir los! Ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Tradermacher-Kanal. Erstes Video des Jahres und deswegen wünsche ich euch natürlich ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut gestartet. Bleibt so optimistisch, wie euch das eben möglich ist. Und die laufende Korrektur. Seit drei Tagen zeigen sich die Indizes deutlich schwächer. Die ist für mich durchaus passend, denn gute Aktien, zumindest mal die Aktien, von denen man ausgeht, dass sie weiter steigen werden im Jahresverlauf, die kauft man natürlich bestenfalls in einer Korrektur. Ob die genau zu diesem Zeitpunkt jetzt schon beendet ist, darum geht es eigentlich gar nicht. Es kommt im Übrigen auch ein klein wenig überraschend. Normalerweise, was ist schon normal, ist der Handelsauftakt in einem Jahr meist recht stark. Selbst wenn der Januar unter Aspekten der Saisonalität kein besonders starker Monat ist, sieht man doch häufig, dass die ersten zwei Wochen relativ stark sind. Diese ersten zwei Wochen sind allerdings auch noch nicht vorbei. Insofern ist ein Urteil verfrüht. So oder so, die Aktien, über die ich jetzt spreche, die sind meines Erachtens auf der Gewinnerliste im Jahr 2024 zu finden. Und deswegen dachte ich mir, wenn schon Korrektur und wenn schon Kaufgelegenheit, dann doch gerne in den Werten, von denen ich mir noch einiges verspreche in den nächsten Monaten. Und wenn ich es ein bisschen genauer sagen sollte, ich habe es hier ja schon in einigen Videos erörtert, dann bin ich ja nicht nur für die nächsten zwölf Monate, sondern sogar für die nächsten ein, zwei Jahre. Also auch noch das Jahr nach der Präsidentenwahl einigermaßen bullisch, weil ich davon ausgehe, aus verschiedenen Gründen, dass wir uns in einem Umfeld bewegen werden, in dem reichlich Liquidität vorhanden sein muss. Um es mal so zu formulieren. Das makroökonomische Umfeld, das wollen wir aber heute nicht besprechen, sondern auf Aktien schauen, von denen ich mir eine Menge verspreche. Und wir steigen mal direkt ein. Das ist der sogenannte SOX, der Philadelphia Semiconductor Index. Wir sehen in den letzten drei Handelstagen sogar mit Kurslüppen zur Unterseite gestartet in das Jahr. Und das möchte ich gerne ausnutzen, wobei ich auch sagen möchte, dass wir in dieser laufenden Korrektur, wäre ja schön, immer dann, wenn ich ein Video mache, dann endet eine Korrektur. Also sie kann und darf durchaus noch in diesem Bereich vorstoßen. Theoretisch, das wäre die maximale Ausdehnung, damit es immer noch bullisch ist, sogar noch eine ganze Ecke tiefer. Das wären ja rund 15 Prozent tiefer vom aktuellen Niveau aus. In diesem Philadelphia Semiconductor Index im SOX, da befinden sich eine ganze Menge Aktien, Halbleiterwerte, um genauer zu sein. Und auf die möchte ich jetzt blicken und deswegen auch an dieser Stelle schon ein ganz wichtiger Hinweis. Es ist lange her, dass wir ein freies Webinar gemacht haben. Das hier wird, zumindest für diejenigen, die mit diesen Gedanken etwas anfangen können, etwas besonders, ein besonders Wichtiges. Am 14.01. und wenn ihr jetzt in den Kalender schaut und sagt, 14.01., das ist doch ein Sonntag. Genau, ich möchte, dass jeder Zeit hat, deswegen am 14.01. um 18 Uhr. Da sollte jeder genau sich diese Zeit nehmen, weil es ein sehr spannendes, freies, kostenloses Webinar geben wird. Und dort möchte ich auch Aktien besprechen, die ich jetzt nicht nennen kann, unter anderem aus diesem Halbleiterindex. Denn es gibt kleinere Werte, die kann ich hier auf dem Kanal nicht einfach raushauen und euch damit alleine lassen, weil ich durchaus weiß, dass der ein oder andere das auch als Kaufempfehlung empfindet. Da kann ich noch so viele Disclaimer unten drunter packen. Aber gerade bei den kleineren Werten muss ich dann erklären, warum ausgerechnet dieser Wert jetzt für mich interessant ist, wo die Risiken liegen, wo aber meines Erachtens auch die Chancen liegen. Und das sei an dieser Stelle schon mal erwähnt, wir haben es ja im vergangenen Jahr erlebt, dass die Werte aus der zweiten und dritten Reihe relativ schwach daherkamen. Sehen wir mal von der Rallye im Russell 2000, da sind jetzt aber nicht so viele Halbleiterwerte drin, in den letzten Tagen des vergangenen Jahres ab. Und wenn wir natürlich einen positiven Trend haben und dann gleichzeitig noch Werte, die darüber hinaus, aber auch unter fundamentalen Aspekten wirklich günstig sind, dann ist das für mich gleich doppelt interessant mit Blick auf das Jahr 2024. Insofern nehmt euch bitte die Zeit am 14.01. um 18 Uhr. Ihr könnt euch dafür eintragen. Ich spreche dort nicht nur über Halbleiteraktien, über kleinere Werte, die sonst selten genannt werden. Ich möchte dort die drei Branchen, die ich meine drei Trades genannt habe oder nennen werde, über die drei Trades sprechen, die für mich für das Jahr 2024 am spannendsten sind. Außerdem blicken wir auf Bitcoin, Gold, Silber. Und am Ende des Tages möchte ich euch dort aber auch sagen, wie man sich gegen Kursverluste jetzt in dieser Phase, da spielen Volatilitäten eine Rolle, am besten schützt. Das Ganze kompakt in 45 Minuten, also 14.01. um 18 Uhr. Tragt euch bitte dafür ein. Ist absolut kostenlos. Und jetzt schauen wir auf den Socks. Das haben wir gemacht. Ich habe es gesagt, das kann durchaus, wenn wir uns diese letzte Strecke hier anschauen, noch ein klein wenig mehr an Konsolidierung oben drauf geben. Vielleicht endet er auch genau hier. Dann müsste er jetzt schon eine Reaktion zeigen. Aber mir wäre es tatsächlich lieber, wenn sich diese Korrektur mal ein bisschen ausdehnt. Und das kann natürlich auch, auch wenn v-förmige Erholungen so ein bisschen das Thema der letzten drei Jahre waren. Das kann natürlich auch passieren, indem wir hier eine Gegenbewegung sehen und dann vielleicht klassische ABC-Korrektur nochmal schwächer. Für mich sind solche Dinge am ehesten umzusetzen, indem ich dann auch, und das ist nicht immer der Fall, aber in solchen Phasen der Korrekturen durchaus, das Ganze in Tranchen umsetze. Also sage, okay, ich kaufe eine Tranche auf diesem Niveau. Eventuell kann das dann auch dazu führen, dass man zu höheren Notierungen dann nochmal nachlegen muss. Aber dann muss man sich im Timing nicht so 100%ig festlegen und sagen, voila, hier ist der Boden, jetzt kann nichts mehr passieren. Das ist eben in einer Korrekturphase schwierig, insbesondere weil der Anstieg in den letzten Monaten ja einigermaßen steil war. Das sieht man in dem breiten Index etwas schlechter als zum Beispiel in dem Wert, der am höchsten gewichtet ist in diesem Semiconductor-Index. Und das ist Broadcom. Hat in der letzten, ich weiß gar nicht, haben wir es hier besprochen, eine unfassbare Saisonalität, die sich auch noch extrem stark hier materialisiert hat. Also man kann es gar nicht anders sagen, das lief wie geschnitten Brot. Und jetzt kommt die Korrektur, eine technische Korrektur. Wenn man sich das Ganze ein bisschen länger anschaut, dann sieht man, dass Broadcom schon lange ein recht starker Wert ist. Und das ist auch wichtig. Solche Zyklen im Bereich der Semiconductor, die laufen, wenn sie dann erstmal loslegen, die laufen dann meist über einen längeren Zeitraum. Und deswegen ist die Herangehensweise in Korrekturen zu kaufen, meines Erachtens die richtige. Eine Broadcom ist hier zum Beispiel ganz interessant. Ich bin derzeit in keinem der Werte, die ich jetzt hier bespreche, investiert. Ich werde euch nochmal der Hinweis im Webinar einen kleineren Wert nennen, in dem ich dann auf jeden Fall investiert sein werde. So viel kann ich schon mal sagen. Dann haben wir noch eine ASML. Es gibt ja nicht so viele europäische Spitzenwerte in der Branche. Aber es sieht ebenfalls ganz gut aus. Auch hier für mich ist diese Korrektur interessant. Eine Möglichkeit, beziehungsweise eine Kurszone, in der es interessant werden könnte. Nochmal, ich behaupte gar nicht, ich hätte den heiligen Gral in irgendeiner Art und Weise zur Verfügung, der mir sagt, das ist der perfekte Einstieg. Für mich ist viel interessanter, eben nicht derjenige zu sein, der bei Aktien, die fallen und fallen und fallen, dann irgendwann den Boden ausruft, sondern starke Trends sind genau das, was mich interessiert. Und in diesen starken Trends Korrekturen zu kaufen. Es kommt immer irgendwann im Trading der Zeitpunkt, wo der Trend dann endet. Meines Erachtens ist das im Bereich der Semiconductor nicht der Fall. Disclaimer könnt ihr euch denken. Da steht, wie gesagt, drunter, natürlich kann ich mich irren. Und am Ende des Tages braucht es immer einen Stopp, der mich dann schützt vor Kursverlusten, die aus dem Ruder laufen. Ebenfalls interessant, sehr interessant, finde ich sogar eine AMD. Ist ganz gut gelaufen in den letzten Wochen. Konnte nicht mit einer Nvidia mithalten. Das hat auch seine Gründe. Nvidia ist im Übrigen auch relativ hochgewichtet in diesem Index. Wir haben hier eine Korrektur. Ich habe es ja mal, das ist ein Jahresausblick hier gewesen. Also, ob es dann genau so kommt, ich weiß es nicht. Ich würde bei Nvidia trotz der hohen Bewertungen auch nicht auf fallende Kurse spekulieren. Gegen einen starken Trend auf fallende Kurse ist immer sehr verlockend. Warum? Weil es heißt, naja, was hochgestiegen ist, das kann natürlich auch tief fallen. Pabala papp. Also sucht euch lieber schwache Werte, die sich weit von ihren Hochs entfernt befinden, wenn ihr denn unbedingt shorten wollt. Aber in starke Trends hinein zu shorten, ist eigentlich keine besonders gute Idee. Also eine AMD, schauen wir uns noch mal ganz kurz an. Da gibt es natürlich auch eine ganz interessante, fundamentale Story, aber die lasse ich jetzt einfach vor. Außen vor, ich konzentriere mich auf die Analyse der Preise. Ob hier, es ist kein Wunder, dass der Verlauf so ähnlich aussieht wie Sox selber, also in dem Halbleiterindex, am ähnlichen Punkt. Das kann es gewesen sein, theoretisch. Das wäre dann eine sehr starke Rallye, wenn wir nur das erste Retracement erreichen sollten. Ansonsten ist alles aber unbedenklich, also auch noch 20 Dollar tiefer. Für solche Bewegungen gilt immer, und das ist nicht neu, das ist geblieben aus den letzten Jahren, weil es einfach sehr gut funktioniert hat. Ich habe mir wieder 50, 60, also 60 Large Caps angeguckt und mir angesehen aus allen Branchen, wie laufen die Korrekturen hier ab, wann endet tatsächlich ein Trend und deswegen, ich sage es euch seit langer Zeit und das klingt ja schon so ein bisschen gebetsmühlenartig, 61,8er Retracement, so eine Marke darf nicht unterschritten werden. Ist natürlich als Stop-Marke auf diesem Niveau vielleicht nicht ganz so interessant, weil halt 20 Dollar entfernt, aber es geht ja jetzt nicht um konkrete Setups, sondern es geht einfach darum, dass diese Korrektur eine Kaufenswerte ist und zwar nicht auf Sicht von zwei Wochen, ich habe keine Ahnung, wo AMD in zwei Wochen steht, sondern auf Sicht von Monaten. Und finally schauen wir uns den ehemaligen Spitzenreiter an und ich habe es gesagt, es gibt Gründe dafür, dass Intel in der Vergangenheit schwächer gelaufen ist, aber selbst eine Intel sieht meines Erachtens jetzt stark aus. Logischerweise werde ich in meinem persönlichen Handel dann nicht alle Werte kaufen, ich bin, das muss ich dazu auch sagen, in einem Semiconductor ETF investiert, habe dort auch ziemlich passend, wie man jetzt im Nachhinein sagen kann, Teilgewinne realisiert. Diese Hälfte werde ich aber zurückkaufen und weil diese Rallye für mich so spannend ist, werde ich darüber hinaus auch noch einige Einzelwerte mit aufnehmen. Wie gesagt, ihr seht, ein Vorsatz ist auch Knappheit in diesem Jahr, ihr wünscht sie euch, ihr bekommt sie. Im Webinar werde ich dann noch einen kleineren Wert mit euch gerne teilen und ihr entscheidet dann natürlich, ob ihr das mit umsetzen möchtet oder nicht. Ganz, ganz wichtig. Das war es dann schon für heute. Ich freue mich auf euer Feedback. Vielleicht habt ihr ja auch noch den einen oder anderen Wert aus dieser Branche, den ihr hinzufügen möchtet. Und jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen, das bleibt, was ich mir in den Wochentag nicht merken kann. Ich lebe so in den Tag hinein. Also Donnerstag ist heute definitiv. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstagabend und wir sehen uns hier an dieser Stelle am Dienstag wieder. Macht's gut, bis dann und ciao.